Musik 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 Jamma hat mich das Spiel nicht dran Ähhhhh Musik Wir sind sowieso in die falsche Richtung gegangen Wir sind hier in die falsche Richtung gegangen Ja ne, ich meine hier, bei der Stadt Weil ich könnte jetzt auch mal kurz schnell Vielleicht hätte auch das nicht gezählt Wenn ich das mal in diesen Gaktei finden würde Warte mal, ich komme wieder zu dir geflogen Da gibt's überhaupt gar keinen Doch da gibt's auch einen, der ist in der Nähe vom Taxi Warte, ich komme wieder zu dir geflogen Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende rum den falschen Weg gefahren du musst das wie selbst sie fahren können du musst das was selbst zu fahren können müssen wir jetzt entgegenkommen Köln so müssen gehen ich musste einen Rennen oder ist ein Anno da jetzt kommt was er Köln kann man kurz nach etwas sein dass Köln und mit an der Zeit der Entschuldigung dann müssen wir 10 sprich mit sie liebt die die aber nichts leichter als das Schöpfen und links und rechts weil wir laufen müssen das kotzt mich gar nicht ziemlich an mich auch was ist das überhaupt Astromechtoide keine Sorge ich hab die Map im Hintergrund geöffnet aber du müsstest dann für mich fighten wenn uns einer angreift weil ich nämlich die Map dann bei mir auf hab suche ich überhaupt nicht merch ich hab den memes ich hab den Haben die was? Nein, einer hat was. Dicke Nasenschwur. Kommst du noch mal? Ich war gerade am Kämpfen. Ja, kommst du trotzdem mal? Ich war gerade am Kämpfen. Bin mir doch egal. Jetzt komm mal. Ähm, halt mal den Ball flach. Was, wenn nicht? Dann stich hier weg. Ähm. Ich hab's gesehen. Wo sind der? Da. Lord, really? Der haben wir mir nicht angezeigt. Das ist die Rasse von Plokon. Das ist die Rasse von Plokon. Kennt ihr jemals eine? Nein. Nachricht. Ihr seid hässlich. Nachricht überbringen. Das wäre so assi. Jetzt. Kann ich ja nicht kicken. Nein. Padawan 4 lässt euch grüßen. Ich hab's gerade gemacht. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nein. Jesus, der ist. Oh, Mann, bist du assi, Alter. Wenigstens wurdet ihr nicht verletzt. Jesus, der ist. Die Wings. Er fällt mir ein. Oh, Mann. Oh, Mann. Nachricht über Brüder. Hier ist ein Lohn. Alter, Schrott. Was ist mit den anderen Teilen passiert? Was ist mit den anderen Teilen passiert? Bist du dumm, ne? Aber so was nennt sich Jedi. Die normale Heizung. Was anderes war mir amadisch. Ich bin eine Kombination aus Jedi und Sith. Das weißt du doch. Anstatt sie zu eliminieren. Hallo? Warum zerstört ihr diese Droiden? Hä, wieso hab ich jetzt nicht vier Punkte? Das ist doch böse, was du gesagt hast. Ich hab auch vier. Ich hab vier Punkte gekriegt. Tässlich, ey. Ja, ich hab dich überbrannt. Anzeige ist raus. Anzeige ist angekommen. Anzeige wird bearbeitet. Anzeige abgelehnt. Anzeige zurückgesendet. Sie seht es nicht. Lass mich das machen. Lass mich das machen. Ihr seid es nicht. Ihr seid es nicht. Oh, der will mir helfen. Sie geht zu lösen. Und wie ihr sich genutzt machen. Aber wo muss ich denn das nicht? Ich muss das leider so oft sagen. Ohne Spaß. Ich muss bald sagen, die Publisher können die ein bisschen diesen Nachschub überbringen. Was steht da drin? Sie sind das. Sie sind das. Selbst die Publisher denken. Sie sind hässlich. Ich wünsche, das würde dunkle Seite gut ergänzen. So, an dem nächste... Was? Läufig, Stufe 6. Wee. Find ich geil. Warte, ich muss immer zurückgehen. Sie sind hässlich. Oh, der ist in 50. Ich lass es mal lieber. Ich hab mal Spaß gehabt. Und du? Ich auch. Nachgemeldung auf Zwergen nutzt du hier. Das ist ja geil. Pascal. Zu dumm. Boah. Hast du das gesehen? Das ist ja... Boom. Lass mal umbringen. Dann bring die doch um. Warum treffe ich eigentlich jedes Mal nur mit dem letzten Hit? Pascal. Was? Warte, 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 ich hab's gleich aus, warte. Na, hier, ich hab's nur gefunden. Ich hab mich teleportiert. Okay. Du hast ihn gefunden. Sehr gut, Moracen. Oh, Spanius, ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Du bist wunderbar. Mir ist egal, was die Meister sagen. Die nicht, ne? Wir beweisen ihnen, dass sie falsch liegen. Komm her. Die nicht, ne? Das ist die nicht. Ja, als Gevettel. Ne. Damit ist alles klar. Offenbar waren die Sorgen eurer Meistern bereich. Natürlich, hab ich nur Zeitpunkte bekommen. Wer seid ihr denn? Es ist nicht so, wie ihr denkt. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Ihr seid verliebt. Einfach so oft trocken. Sagt der Holoman. Ja, sorry, ich kann das nicht verstehen. Ich sehe einfach nur, wie du den Mundfiegel bewegst. Da kann ich nichts machen. Ich hoffe, so doof zu gucken. Ich seh im Holobildschirm voll bekifft aus. Warum bekommst du eigentlich 10 Punkte und ich 107? Oder hab das da stehen? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Nur so haben wir diesen seltenen Lichtschwertkristall gefunden. Oh. Ah, 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 ah. Was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Die Meinung werden nicht viele teilen. Erzählt das euren Meistern. Ich glaube, sie werden schwer zu überzeugen sein. Ich wähle dich für One-Earth-Kids. Oh Gott. Das ist scheiße. Hey, warum hast du denn jetzt mehr Punkte? Hört sich. Ja, ach so. Du kriegst einfach durch eine Antwort 100 Punkte. Du bist nicht Obi-Gwan, ne? Nee, ich bin aber Obi-Otto-Wahn. Das stimmt. Geben wir euch diesen mächtigen Kristall für euer zukünftiges Lichtschwert. Können wir so euer Schweigen erkaufen? Ihr sollt's durchschämen. Hab ich auch genommen. Warum gibt's zuhörst du? Kannst du eigentlich beim Holomann wer das willst, Digger? Nein, ich kann euch nicht gehen lassen. Ich überspringe euch jetzt einfach her. Ihr habt keinen Lust mehr auf euch weinen. Klutscht. Oh, besucht euch ein Zimmer, aber macht das bitte nicht in Öffentlichkeit. Und besonders nicht, wenn ich es sehe. Yeah, wow. Zu den Meistern zurückkehren machen wir jetzt aber noch nicht. Oh, dieser Quest, der war so einfallslehrig. Warte mal, hier müssen wir was machen. Ja, wie wär's, wenn du mir mal Hilfsschlag hast? Ja, ich bin schon. Warum kann ich nochmal nicht die anvisieren? Also, jetzt. Wie wir hier kämpfen, weißt du, wir im Kreis uns um, wir machen diese Standard-Fights, weißt du, welch ich meine? Hm. 15 Stück müssen wir pläten. Easy going. Boah, Junge, ich hab die ganze Zeit auf dich gescheitert. Hör mal auf damit. Ah, ja, 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 was sehe ich da? Einfacher, das ist eh ever. Verkackt. Du bist so richtig eingekackt, weißt du das? Hm. Finde ich schon an zu stinken. Alter. Wenn ich schon dabei bin. Oh, wie er weggeflogen ist. So, was müssen wir denn jetzt hier noch alles machen? Huch. Wir müssen Sucher suchen. Hahaha. Alter, war das schlecht. Ah, ja, 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 was sehe ich da? Ein stinkendes Ehepaar. Okay, jetzt. Alter, jetzt hab ich drauf an dir nichts. Ähm, warum geht hier überhaupt drauf? Nein, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, ich will nicht sterben. Die schon wieder. Steampax. Ja, und du bist schwach. Scheiße, Alter. Oh Mann, du bist so stark. Wow, Elize. Alles voll anders. Da warum nicht? Ah, ich muss kurz sein. Nichts spielen. Ah, ja, was sehe ich da? Ich zählte Gott alle mal. Ahu. Ahu. Ah, ah, ahu. Ahu. Und jetzt habe ich dich getötet damit Ich will nicht sagen, aber die Kämpfe sehen nur halb so gut aus, weil das Teil kein Laser-Shirt ist Ja, das dauert aber noch Also ich würde mal sagen, morgen werden wir unsere Laser-Shirt haben Mit ganz viel Glück Oh, du hast es geschafft, danke Oh, er laggt er gerade Wenn du gegen Sucher kämpfst, dann musst du auf die draufklicken und dann scannen Das ist kein Sucher, das ist ein Bewacher Wie sehen Sucher aus? Steht über ihren Namen Sucher, Sucher Ich scanne sie Okay, ich scanne mal eben Ja, okay, dann haben wir das jetzt auch geschafft Ja, okay, was? Okay, jetzt So, dann würde ich... Sollen wir jetzt zurückgehen oder sollen wir jetzt lieber erstmal die Story... Ja, lass die Story machen, oder? Komm, was von den beiden ist überhaupt die Story? Ich habe über die drei Sachen... Da vorne, da vorne hier Hm? Ich folge dir Ich drehe mich gerade noch kreis Ähm... So ein Meditationstunnel, meinst du? Jo Alles klar Ich habe schon eine, ne? Müsst du doch sowieso, ist doch... Das ist doch Ich habe eigentlich drei Story-Modus... Könnten wir bitte an einen etwas weniger stinkenden Ort gehen? Habe ich mir auch gerade so gedacht Boah, zehn Stück ist mal plätten, oder wie? So Ich würde sagen... Ich denke mal, nach der Mission haben wir das eigentlich... Haben wir eigentlich... Denk ich mal, haben wir dann schon 30 Minuten hinter uns, oder? Ja Eine Frage Jo Warum sind hier wieder Fleischreiber? Keine Ahnung Der geht mir langsam auf den Sack, Mann So Oh, der hat Loot gehabt Das ist der in der Platte nicht mehr Und es ist... Ja, bitte Ach, habe ich das bekommen, weil das meins war? Das ist ja mal geil Ja, wir sind doch in der Story-Phase Da können wir das... Da können wir das dann immer nehmen Jetzt kriege ich eigentlich meine eigenen Sachen Komm, looted, looted, looted Er darf sie nicht haben Mein Schatz Komm Oh mein Gott O-M-G Wie schön das hier ist Häuptling der Fleischwüter Jo Verlass sofort diesen Ort Was habe ich überhaupt bekommen? Ich muss da rein Muss ich nicht machen Was zum Teufel? Ach so Ich guck voll nicht richtig Das Vieh hat Machtkräfte Äh, ja Also hier ist die Machtanwender Ach, die ist komplett woanders Wahrenwender, Wahrenwender Steuerung beim Wagboll-Aussetzern So, wo muss ich jetzt hin? ich weiß gar nicht wo du bist aber ich bin ein bisschen verwirrt okay ich mache jetzt ein Kurs an den anderen das wäre jetzt sinnlos die ganze Zeit weiterzufolgen weil ich nicht verstehe wo ich gerade bin Meister Orgues hat eine Männer eine Männer Stamm-Bapport-Aufsetzer einer der Fleischreiber gegen die ich eben kämpfte ähm da muss ich hier okay wenn ich tüfte da sind Machtanwender natürlich jetzt dann sicher nicht die Hände Männer Wander-Männer Stamm-Bapport-Aufsetzer wo ich liebe das wenn die verwirrt sind dann kann ich meinen Angriffen ausweichen ich versuche es immer ich bin nicht in der Hoffnung hergekommen so muss ich jetzt hin oh geil bin gleich bei dir boah krass wie schön das hier ist und so flüssig diese Fleischreiber hat man was ist Häuptling der Fleischreiber Wüter erschaffen durch einen Machtanwender kennen wir uns nicht wie es aussieht ist es tausende Jahre alt Meister Orgues hatte recht diese Eingeborenen sind fortschrittlicher als wir dachten sie lernen wie man uns bekämpfen kann auf ein auf ein äh auf Buffet eines anderen Meister Orgues denkt er weiß wer dahinter steckt das dachte ich mir schon äh was ist denn aber er hatte keine Zeit es zu erklären bevor er uns hergeschickt hat verlasst sofort diesen Ort und das hier zu Ende bringen aber Meisterin Satie hat uns auf einen Spezialisten auf Kursern geordert aber all diese schlechten Zahlungen die der Rat hatte sie denkt dass sie mich gerade eben mit du kackespaß zu lassen aber die Gefahr ist vorüber ähm das stimmt oh Leute hey das ist leider für Spiefer der aber du scheiß Vieh ist geil ja das war jetzt voll geil ich mach einfach nur diese Macht diese Machtwelle auf dem Boden ne mach doch was du gesehen hast alles ist so warum ist gerade aus der aus dem Fleischvieh eine Frau rausgekommen KP Meisterin Bella Kiki Wicks uiuiuiuiui das wird aber anstrengend hier so wir müssen jetzt wieder raus dann nochmal raus aha wir sehen uns draußen wenn ich die Sender platziert hab Glitch Attacke was äh Glitch Att so so was mach ich jetzt ah ich muss irgendwelche Sender platzieren ja ich auch ich bin jetzt gerade auf dem Weg ich bin gleich wieder draußen das heißt wir können die Aufgabe ja vielleicht gleich zusammen machen das ist schlimm dass die jetzt auch die Macht anwenden fand ich jetzt nicht der hat relativ wenig Schaden gemacht ja ich musste mir ein Medikit reinsetzen aber ich konnte auch meinen äh hier meinen Machtschwung nicht machen du auch nicht? ne ich musste ohne kämpfen aber dafür muss ich auch meinen Heapot opfern so was kriegen wir denn dadurch warum warum musste ich denn ein Heapot bei dem Anwälter da gerade einsetzt aber bei so einem lappigen Gegner muss sich keiner einsetzen neige ich bin ein Jedi macht euch bereit ich seh jetzt schon mal die Sender hin können wir endlich mal gegen Siths kämpfen langsam wird's echt langweilig das dauert noch glaube ich so einen Sender hab ich schon mal platziert lasst uns die dunkle Seite zerstören oh außer es kommt Obi-Quan dann kommt es zum schichtshalften Treffen und die beiden stirbt ne und am Ende ne bei deiner ruhigen Brüder Szene ne ihr wisst beide voneinander komm ich von hinten und stech den Obi-Quan in mein Sender macht hier noch nix aus oder? du musst du Obi-Otto-Wan fragen nicht mich so auf jetzt sucht die von mir ähm darf ich deinen Brüder töten? natürlich darfst du es nicht warum ist da oben ein ach da oben ist ne Quest so nein nimm mich an hab ich schon ich weiß warum ich da extra nicht hingegangen bin also ich ich glaube ich werde die Quest nicht machen viel zu viele Quests die wir jetzt machen und langsam auf der Dauer wird es langsam langweilig wenn wir nicht die ganze Zeit die Story auch mal machen ja ja cool ich muss das für ein Kind vielleicht sammeln das wird dann ein nächster Jedi die macht sich stark in ihm du kümmerst dich um diese Sektoren na ist das ein riesen Vieh alter, chill doch mal nee, ganz ruhig fuck du bist wie weg was bist du überhaupt was bist du überhaupt weg scheißvieh oh Leute oh, ein Fleisch verratete Kiemen äh äh Togamanga huh 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 ja hm wie das Immune dagegen oh oh nee, lass mich in gut nee hm ich glaub dir das nicht also ich bin schon mit der Story fertig huh äh ich kümmer mich gerade in den Rucksack das kann ich wieder ich hab so viele Quests ich hab's ja gesagt da ist noch eine da unten ist noch einer da da muss ich noch zwei Sender anbringen ach, da unten ist noch ein Sender übrigens ich bin auf dem Weg zurück in die Twilex-Siedlung und jetzt ah, hu sag mir, was ihr herausgefunden habt ihr seid ohne Erklärung fort stirbt was hat euch solche Sorgen bereitet du kannst mich nicht aufhalten ich bin, äh Blue Flash äh neue Jedi ist tot ich gehe zum Fleischschrauber-Bibi zurück eine Frage